Wir sind heute der Ministrante Nikolaus, weil Corona ist und weil leider der Ministrante Nikolaus nicht in der Kirche gekommen hat und dann haben wir es eben vorbei. Super! Hallo! Hoi, der Ministrante Nikolaus ist da! Halli, hallo! Hallo! Schau, der Ministrante Nikolaus ist vorbei. Danke! Ich war leider im Bett. Haben wir gut aus dem Bett rausgegriffen, den Namen auch schon. Ja! Du musst die Nummer schauen! Hoi, der Ministrante Nikolaus ist da! Morgen! Kein Bino! Tobias! Danke! Sofie! Ja! Sofie! Von Tobias, also von der Christophiletis, wo Karin Nasch Sachen gekriegt und verliert werden. Ich hoffe, dass Nikolaus belohnt wird. Danke! 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 Danke!